Hier ist der DWZ Newsroom. Am Freitag und Chefreporter Ulrich Behemann ist wieder da. Hallo. Ja, grüß dich Jan Philipp. Vor einigen Tagen haben wir schon die Meldung vernehmen müssen. Ein Kind wurde in Affade von einem Hund in die Wange gebissen. Dem Kind geht es inzwischen den Umständen entsprechend gut, habe ich jetzt gehört. Ja, das ist richtig. Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass das Kind das Krankenhaus verlassen konnte und dass es gut behandelt werden konnte. Also zunächst hat es ja geheißen, und das scheint auch zu stimmen, dass der Hund ein Stück Fleisch aus der Wange gebissen hat. Es gab ganz lange Rätsel um diesen Hund. Der Opa von dem Kind hat einen Hund gesehen, sagt er, der von dem Grundstück gelaufen ist, konnte ihn aber auch nicht so richtig beschreiben. Und die Polizei hatte da schon große Fragezeichen im Kopf, wusste nicht genau, wie sie das deuten konnte. Nun gibt es neue Erkenntnisse. Ja, zunächst hat man ihm ja geglaubt. Er hat sogar eine ziemlich gute Beschreibung, finde ich, abgegeben. Ein circa 40 Zentimeter hoher, hellbrauner Hund mit 5 Zentimeter langen Haaren, den er nur für Bruchteile von Sekunden von hinten gesehen haben will. Und daraufhin hat sich auch eine Fahndung dann entwickelt. Also die Polizisten haben ja Klinken geputzt, sie haben bei Nachbarn gefragt, sie haben bei Bauernhöfen, sind sie vorstellig geworden. Alle haben diesen herrenlosen Hund gesucht. Kann ja sein, so war zumindest der Gedanke, wenn so ein aggressives Tier unterwegs ist, dass es nochmal wieder jemanden beißt, anfällt. Und deshalb musste man hier eine Fahndung einleiten. Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass niemand einen solchen Hund in diesem Wohngebiet jemals gesehen hatte. Und deshalb war das alles ein bisschen rätselhaft. Und wir haben ja hier bei der DWZ auch Experten befragt. Eine Tierärztin, die sich mit Wesenstests und dem Beißattacken von Hunden besonders beschäftigt hat. Eine Verhaltensforscherin der Tierärztlichen Hochschule. Und alle haben damals gesagt, diese Geschichte, die stinkt ein bisschen. Weil ein Hund kommt nicht mal so kurz vorbei, schnappt eine Wange und sagt, lecker. Und geht dann wieder nach Hause. Sondern es gibt immer eine Interaktion zwischen Mensch und Tier. Mensch und Tier müssen sich kennen. Also entweder der Hund, das Kind oder den Menschen oder der Mensch, den Hund. Und das hat sich jetzt bestätigt. Ja, jetzt kam raus, der Mann hätte den Hund dann doch noch besser beschreiben können, denn der Hund gehört zur Familie. Das würde ich mal so sagen. Also wenn wir jetzt unterstellen dürfen, dass der Mann gesehen hat, welcher Hund das war, dann hätte er es sagen können. Wir müssen hier ganz vorsichtig sein. Für den unwahrscheinlichsten Fall kann natürlich sein, dass dann noch ein Hund rumgelaufen ist, den er gesehen hat. Aber es sieht wohl so eher aus, als wenn er da, der Verdacht steht im Raum, eine Geschichte sich ausgedacht hat, um das alles von sich zu weisen, um den Verdacht auf was anderes zu lenken. Die Polizei hat ja ermittelt. Was sind denn jetzt die offiziellen Erkenntnisse? Die offiziellen Erkenntnisse sind, dass der Hund aus der Familie stammt, der das getan hat. Und viel wichtiger ist mir hier auch noch zu sagen, es gab eine Interaktion zwischen Kind und Hund, also einen kurzen Zwischenfall. Und deshalb hat der Hund zugeschnappt. Also offensichtlich ist das nicht ein böses, aggressives Tier, sondern das Kind hat wahrscheinlich irgendetwas, irgendeinen Konflikt gehabt. So meint die Polizei mit diesem Hund. Und da ist es dann zu dieser Beißattacke gekommen. Das wiederum bestätigt ja auch die Vermutung der Experten, die ja im Vorfeld gesagt haben, Tier und Mensch kennen sich und das Tier beißt nicht einfach so zu. Das ist richtig, ja. Ganz genau so. Jetzt, wie sind die nächsten Schritte? Was wird man jetzt machen? Wird der Mann jetzt auch irgendeine Art Strafe bekommen wegen einer Falschaussage? Das muss abschließend die Staatsanwaltschaft in Hannover beurteilen. Die Strafverfolgungsbehörde, die kennt sich mit der juristischen Bewertung besser aus als alle anderen. Aber man kann sagen, eine fahrlässige Körperverletzung, die könnte man ja theoretisch der Halterin vorwerfen, diese muss beantragt werden. Also da muss ein Strafantrag gestellt werden. Und wenn den keiner stellt, dann wird es da keine Strafverfolgung höchstwahrscheinlich geben. Denn es ist ja ein Unfall in der Familie, also Hund der Familie beißt ein Familienmitglied. Anders würde es aussehen, wenn der Hund der Familie einen Fremden beißt, dann sind wir in dem Bereich fahrlässige Körperverletzung. Bei dem Mann hattest du ja gefragt, bei dem Großvater, ist es schwierig. Ich will dem nicht vorgreifen, was die Staatsanwaltschaft da sagen wird. Aber es ist so, dass Polizisten sagen, es ist schwierig, da eine Vortäuschung einer Straftat zu konstruieren, weil der Täter, den er benannt hat, ja vier Beine hat. Er hat ja nicht gesagt, das ist der Hund meines Nachbarn. Dann hätte er den Nachbarn beschuldigt, weil der Nachbar ja juristisch für den Hund verantwortlich ist. Dann wäre es sicherlich eine vorgetäusche Straftat, aber so ist es ein bisschen schwierig. Aber wir werden abwarten müssen, was die Staatsanwaltschaft da sagt. Zumindest muss man sagen, wenn der Mann gelogen haben sollte, dann hat er die Polizei in die Irre geführt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ob der vielleicht bezahlt werden muss, bleibt dazu warten. Kann man denn noch vermuten, was für ein Motiv der Großvater denn hatte? Das ist jetzt reine Spekulation. Das vermag ich nicht zu sagen. In der Regel werden solche Geschichten erfunden oder so konstruiert, damit man von sich selbst ablenkt, weil man Konsequenzen fürchtet. Konsequenzen könnten sein, dass der Hund einen Mollkorb verpasst kriegt, dass man vielleicht höhere Steuern bezahlt, weil der Hund anders eingestuft wird, also noch gefährlicher, als er eigentlich sein soll. Manch einer befürchtet vielleicht auch, der Hund wird eingeschläfert und deshalb möchte er den Hund schützen. Das sind aber alles nur Vermutungen und es sind weiter viele Fragen im Raum, die geklärt werden müssen. Ulrich Bielmann, schreibt euch dazu mehr in die Samstags-DWZ und auch online auf dwz.de erfahren wir mehr. Das ist richtig, das werden wir tun. Alles, was wir recherchieren können und was haltbar ist, das werden wir natürlich auch berichten. Also ihr erfahrt mehr bei uns, bei der DWZ und ihr könnt es auch online nachlesen auf dwz.de. Erstmal Dankeschön. Danke gern, Philipp. Und euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Schönes Wochenende. Alles Gute.